Dass man mit dem O-Bus zu allen wichtigen Veranstaltungen kommt, ist ja nichts Neues. Die Eintrittskarte ist aber auch oft gleich das O-Bus-Ticket. Zu welchen Events Sie gratis mit den Öffis fahren können und welche Kooperationen diesbezüglich bestehen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Der O-Bus befördert nun schon seit 75 Jahren die Salzburgerinnen und Salzburger durch die Stadt. Mittlerweile gilt die Devise, mit dem O-Bus kommt man überall hin. Im groß ausgebauten Netz fahren jährlich über 41 Millionen Fahrgäste auf elf Linien. Möglichkeiten, das Netz noch attraktiver zu machen, werden ständig gesucht und auch gefunden. Eine dieser Ideen ist die Eintrittskarte ist gleich O-Bus-Ticket. Eintrittskarte gleich O-Bus-Ticket, so steht man darunter Ticket, mit dem man in den öffentlichen Verkehrsmitteln in der Stadt Salzburg gratis zu den Veranstaltungen fahren kann. Es gibt ca. 15 Kooperationspartner. Veranstaltungen kann man damit, Bildungsveranstaltungen und Sportveranstaltungen kann man damit besuchen. Verkehrsmittel, alle O-Busse in der Stadt Salzburg. Albus, Maracek, Salzburger Lokalbahn, Abschlachthof, S-Bahn und Postbusse. Eine Möglichkeit dieses Angebot zu nutzen ist die Messe Bauen und Wohnen im Messezentrum Salzburg. Hier werden die neuesten Trends rund ums Bauen, Renovieren, Finanzieren und Energiesparen gezeigt. Das Angebot bei Publikumsmessen schaut so aus, dass Sie sich in den Tageszeitungen die Gutscheine ausschneiden können, beziehungsweise auch im Internet herunterladen. Mit diesem Ticket können Sie zur Messe fahren. Von der Messe, wie der Richtung Stadt, bekommen Sie im Infocenter bei der Messe das Ticket. Nachdem Sie sich auf der Messe über die neuesten Energiesparmöglichkeiten informiert haben, geht es dann sauber, leise und energiesparend mit dem O-Bus nach Hause. Stressfreie Anreise, keine Parkplatzsuche und wieder stressfreie Abreise. Messe. 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 Vielen Dank.